Der Preis für das Nintendo Online Erweiterungspack erzürnt die Fans, es gibt neues Gameplay zur Kampagne von Halo Infinite und die alte Gang kehrt in Payday 3 zurück. Das und mehr gibt's jetzt in den News. Diese News werden euch präsentiert von NordVPN, eurem Partner für sicheres Internet. Geht auf nordvpn.com slash gamestar oder nutzt den Gutschein Gamestar, um euch riesige Rabatte auf das Zweijahrespaket sowie ein Bonusgeschenk zu sichern. Das Nintendo Online Abo wird mit dem Expansion Pack doppelt so teuer wie bisher und die Fans sind… nun… nicht so begeistert. Das Ankündigungsvideo hat bei aktuell knapp über einer Million Aufrufe 94.000 zu 17.000 Downloads. Auch in den Kommentaren und auf Social Media machen die Nutzerinnen und Nutzer ihrem Ärger Luft. Aber warum zur Hölle ist das Abo plötzlich so viel teurer? Und warum sind die Leute so sauer darüber? Also erstmal muss ich relativieren, denn das Basis-Abo bleibt bei seinem Preis, das kostet weiterhin 20 Euro im Jahr für einen einzelnen Account und 35 Euro im Jahr für einen Familien-Account. Das Abo braucht man, wenn man online spielen möchte, zum Beispiel Super Smash Brothers oder Monster Hunter Rise und man bekommt Zugriff auf eine Auswahl an Super Nintendo und NES-Spielen. Ab heute ist zusätzlich zum Abo noch das Erweiterungspack verfügbar und das kostet nochmal genauso viel wie der Grundpreis. Das Erweiterungspack enthält neben dem kommenden Animal Crossing New Horizons DLC, den man aber auch einzeln kaufen kann, eine Erweiterung der Abo-Bibliothek um eine Auswahl an N64-Spielen, unter anderem von Sega. Und genau das ist laut Nintendo-Insiderin Emily Rogers auch der Grund für den Preis. Sie schreibt auf Twitter, Ich habe gehört, Sega wurde sehr, sehr gut bezahlt. Das ist relevant, da Sega kein großer Fan der V-Virtual-Console war. Gründe waren niedrige Verkaufszahlen, Aufteilung der Umsätze und eine schlechte Vermarktung. Das ist auch der Grund, warum Sega den Service auf der Wii U nicht mehr unterstützt hat. Auch die Third-Party-Lizenzen von Konami und Capcom sowie auch Microsoft bzw. Rare und Banjo-Kazooie hätten den Preis in die Höhe getrieben. Die Preissteigerung sei aber überhaupt nicht gerechtfertigt, finden viele Fans. 20 Euro Aufpreis für eine Handvoll N64-Spiele ist den meisten Leuten einfach zu viel. Was aber die Wut am meisten provoziert ist, dass der Service einfach auch nicht mal gut ist. So hat bereits ein Twitter-User Ocarina of Time im Original, auf der V-Virtual-Console und auf der Switch verglichen. Seine Screenshots zeigen deutliche Probleme mit Nebel und Transparenz. Auch der Online-Service an sich hat teilweise ganz große Probleme und ist wirklich teilweise eine Katastrophe. Wer schon mal versucht hat, Super Smash Bros. Online zu spielen, wird verstehen, was ich da meine. Der Lag ist lächerlich und dazu kommen dann noch ständige Verbindungsabbrüche. Auch die Nintendo Switch Online App, die man braucht, um bei Online-Spielen Voice-Chat nutzen zu können, ist langsam und stürzt regelmäßig ab. Wir haben auf GamePro eine Umfrage gemacht, was unsere Leserinnen und Leser von der Preissteigerung halten und 85 Prozent empfinden sie als nicht angemessen. Was haltet ihr davon? Nutzt ihr Nintendo Online und werdet ihr euch das Expansion-Pack buchen? Schreibt's mir in die Kommentare. Wie ich gestern schon erwähnt hatte, haben Xbox und 343 Industries ein neues Video und damit ein paar neue Informationen zur Kampagne von Halo Infinite geteilt. Und tatsächlich wurden wie erwartet jede Menge neue Gameplay-Szenen gezeigt, in denen wir den Master Chief auf dem Halo-Ring Zeta in Aktion sehen. Außerdem sehen wir auch verschiedene Fahrzeuge und dürfen einen Blick auf die Map werfen. Parallel dazu gab es aber auch eine eher traurige Nachricht für Fans der älteren Halo-Spiele. Demnach wird der Online-Service für die Halo-Spiele auf der Xbox 360 zum Januar 2022 beendet. Ursprünglich wäre das sogar schon im Dezember 2021 der Fall gewesen, nun wurde das Datum der 13.01.2022 aber von Halo Waypoint nochmal bestätigt. Es betrifft Halo 3, Halo 3 ODST, Halo 4, Halo Combat Evolved Anniversary, Spartan Assault und Halo Wars. Aber dann ist ja Halo Infinite schon draußen, das dürfte wohl ein paar trösten, denn das erscheint am 8. Dezember, nicht am 15. November, Entschuldigung, am 18. Dezember 2021 für PC und Xbox-Konsolen. Dass Payday 3 kommt, wissen wir schon seit einer Weile. Nun veröffentlicht der Entwickler endlich auch ein paar Details. Lange war nicht ganz sicher, wie es um das Franchise steht, denn Publisher Starbreeze Studios hat nach mehreren gefloppten Spielen einschneidende finanzielle Probleme gehabt. 2018 musste das Unternehmen Sanierungsgelder beantragen, um die Insolvenz zu verhindern. Etwa im gleichen Zeitraum führte das schwedische Staatliche Amt für Wirtschaftskriminalität außerdem eine Razzia in den Büroräumen des Studios durch, weil es einen Verdacht auf Insiderhandel gab. Für Payday 3 gab es März 2020 dann aber gute Nachrichten, denn Starbreeze hat einen Co-Publishing-Vertrag mit Koch Media unterzeichnet, um die Entwicklung des Spiels, das internationale Marketing und die Entwicklung zusätzlicher Spielinhalte nach Release finanzieren zu können. Allerdings wurde damals schon gesagt, dass es noch ein kleines bisschen dauern wird, bis das Spiel releasefähig ist. Nun hat Starbreeze in einem Livestream anlässlich des zehnten Jubiläums des Franchises ein paar Informationen zu Schauplatz und Besetzung geteilt. Demnach kehrt die ursprüngliche Gang aus dem ersten Teil zurück und stürzt sich in New York in die Cyberkriminalität. Teil der Geschichte wird unter anderem das Dark Web und Kryptowährung sein. Außerdem wurde der Release für 2023 nochmal bestätigt, allerdings kein genaues Datum genannt. Es gab zwar ein paar Bilder zu sehen, aber kein Gameplay. Und heute kommt endlich Marvel's Guardians of the Galaxy heraus und wenn man sich die Reviews der internationalen Presse anschaut, könnte man meinen, dass es ein ganz gutes Spiel ist. Auf Metacritic liegt die durchschnittliche Bewertung von 64 Einreichungen bei 81 Punkten, auf OpenCritic sind es bei 95 Einreichungen 82 Punkte. Für GameStar hat mein Kollege Valentin Aschenbrenner das Spiel getestet und vergibt eine 85. Er lobt das Spiel als starkes Solo-Abenteuer mit clever geschriebenen, witzigen Dialogen, kritisiert aber, dass Entscheidungen keine weitreichenden Konsequenzen haben und dass die Kämpfe etwas mehr Feinschliff benötigen. GamePro vergibt eine 81 und bemängelt einige Design- und Gameplay-Schwächen. Die Links zu beiden Tests findet ihr in der Videobeschreibung. Bei uns im Team hat Fritz Marvel's Guardians of the Galaxy auf Herz und Nieren getestet und was er davon hält, das erfahrt ihr in unserem Testvideo, zu dem habe ich euch natürlich auch einen Link in die Videobeschreibung gepackt, ihr könnt aber auch ganz bequem hier oben auf die Infobox klicken. Eines der, wenn nicht sogar das stärkste Argument für Steam und der Grund, warum einige von uns Dutzende, manche gar Hunderte Spiele auf dem Berg der Schande liegen haben, sind die Steam-Sales. Die kommen recht zuverlässig alle paar Monate, wann genau darüber hat sich Steam bisher immer bis kurz vor knapp ausgeschwiegen. Allerdings sind die Daten meistens sowieso schon einige Wochen vorher geleakt. Dem will Valve nun vorgreifen und verrät die Termine einfach selbst. Demnach wird es vom 24. bis zum 30. November einen Herbst-Sale geben und vom 22. Dezember 2021 bis zum 5. Januar 2022 findet der große Winter-Sale statt. Außerdem gibt's ab übermorgen natürlich auch noch den vor kurzem bereits bestätigten Halloween-Sale. Wenn ihr also das ein oder andere Spiel im Blick habt, lohnt es sich vielleicht, auf einen dieser Zeiträume zu warten. Dazwischen gibt es aber natürlich wie gewohnt die Midnight Midweek Madness, nicht Midnight Midweek. Da gibt es auch immer wieder ganz krasse Rabatte. Und zwischendurch werden auch einzelne Publisher ihrer eigenen Spiele wieder unabhängig von der Plattform heruntersetzen. Und wir bleiben noch mal kurz bei Valve, denn es sieht ganz danach aus, als könnten wir uns in Zukunft in Steam bald mit Hilfe eines QR-Codes einloggen. Bisher müssen wir noch ganz altmodisch Benutzernamen und Passwörter eingeben. Hand hoch, wer auch immer mal wieder nachschauen muss, wie man seinen Benutzernamen schreibt. Und dann, wenn man Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert hat, den Code aus dem Steam-Dart eingeben. In Zukunft könnte es aber deutlich schneller gehen, indem man einen QR-Code vom Bildschirm mit der Steam-App am Handy scannt. Diese Informationen will Pavel Jungdick, der Schöpfer und Admin der Steam-Datenbank, im Code gefunden haben. Diese Methode wäre vor allem für das kommende Steam-Deck deutlich komfortabler. Zwar kann man durch das Touchscreen, Benutzernamen und Passwort wahrscheinlich auch ganz okay eintippen, einen QR-Code zu scannen ist aber natürlich deutlich einfacher und bequemer. Und damit sind wir auch für heute wieder am Ende. Wie immer hoffe ich, ihr fühlt euch top informiert und wenigstens ein bisschen unterhalten. Wenn euch die Sendung gefällt und ihr nicht schon längst treue Abonnenten seid, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Wir machen die News fast jeden Tag und außerdem haufenweise weiterer cooler Videos. Zum Beispiel dieses Testvideo zu Guardians of the Galaxy oder unsere regelmäßige Trailer-Rotation. Wir sehen uns morgen wieder mit den Gaming News, bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß und guten Loops!